Heute schauen wir uns die Grundlagen der Prozentrechnung an. Und zwar schauen wir uns die Grundlagen der Prozentrechnung an einem Beispiel uns an. Und wir wollen diese Beispielaufgabe auch zusammen lösen. Hier kommt die Beispielaufgabe 8% von 450 Handys sind defekt. Wie viele Handys sind das? Um diese Aufgabe zu lösen, sollte man also wissen, dass es in der Prozentrechnung drei Größen gibt. Und in jeder Aufgabe sind dann zwei Größen gegeben und die dritte Größe muss dann berechnet werden. So, schauen wir uns mal an, welche Größen gegeben sind und welche Größe die gesuchte Größe ist. Wir haben hier also 450 Handys insgesamt. Das ist die Gesamtzahl aller Handys. Das nennt man dann den Grundwert. Und die Prozentzahl, das ist die Zahl immer mit dem Prozent dran, die ist auch gegeben. Und der Prozentwert ist der Wert, der hier in dieser Aufgabe gesucht wird. Also gegeben ist Grundwert, gesucht ist der Prozentwert. Und wenn man das kann, beziehungsweise das verstanden hat, was hier die gesuchte und was die gegebenen Größen sind, dann kann man jetzt ganz einfach diese Aufgabe lösen. Wir können jetzt diese Aufgabe mithilfe des Dreisatzes lösen. Dazu machen wir hier also so eine Tabelle. Die linke Spalte ist die Anzahl der Handys. Die rechte Spalte, da kommen die Prozentzahlen rein. Und der Grundwert, der ist dann immer auch 100%. Also wir haben als Grundwert 450 Handys. Das ist die Gesamtanzahl der Handys. Das macht immer 100%. Also Grundwert und 100% stehen sich in so eine Tabelle immer gegenüber. Dann müssen wir gucken, was noch gegeben ist. Es sind gegeben die 8%. Das kommt hier in die rechte Spalte, weil da kommen die Prozentzahlen hin. So, in die mittlere Zeile dieser Spalten kommt dann die 1. Kommt die 1 jetzt hier in die linke Spalte oder in die rechte Spalte? Das zu entscheiden ist ganz einfach. Die 1 kommt immer dahin, also immer auf die Seite, wo ich schon zwei Werte habe. Das ist die rechte Seite mit den Prozentzahlen. Da habe ich ja 108% schon eingetragen gehabt. Da kommt in die Mitte dann die 1. Also immer auf der Seite, wo zwei Zahlen schon gegeben sind, setze ich in die Mitte dann die 1. So, in der rechten Spalte habe ich jetzt diese drei Zahlen. Jetzt muss ich also rechnen. Und zwar muss ich jetzt von 100 in der ersten Zeile auf die 1 kommen. Von der 100 auf die 1 kommt man, indem man durch 100 teilt. Dann bin ich hier in der mittleren Zeile. Da habe ich die 1. Und dann muss ich von der 1 auf die 8 kommen. Das mache ich hier mit mal 8. Und genau dieselben Schritte muss ich auf der linken Seite jetzt auch machen. Also die 450 geteilt durch 100. Dann habe ich 450 durch 100 sind 4,5. Und im zweiten Schritt habe ich auf der rechten Seite mal 8 gerechnet. Dann muss ich auf der linken Seite auch mal 8 rechnen. 8 mal 4,5 sind 36. Das heißt 8% entsprechen 36 Handys. Also sind 36 von 450 Handys defekt.